hmm Moin Moin und Hallo Leute! Hier ist Yano Karo Tsuno! Ja ich hau jetzt noch mal kurz ein Mini Info Video rein, weil ich wollte jetzt sagen, dass es ab heute bzw. morgen, also wahrscheinlich heute Abend wird wieder ein Video kommen und ab dann wird es jetzt wieder regelmäßig sein. Ich hatte jetzt seit ich Montag vom Parcours Camp wieder kam, war ich erstens so ausgelaugt, dass ich mich erst mal von meinem Muskelkater erholen musste und Dienstag und Mittwoch hatte ich hier mit der Familie wieder mal ein paar Problemchen und deswegen kam da jetzt kein Video. Aber hey, wir haben alle Probleme und da muss man drüber hinwegsehen. Also würde ich sagen, wir sehen uns dann heute Abend bei einem Video. Ich werde heute Abend ein Fail-Video hochladen, weil ich und Chuck haben versucht Magica gestern aufzunehmen und ja, es ist sehr buggy und zweitens, wir haben einige Aufnahmeprobleme gehabt. Also ich werde heute so einen kleinen Fail-Part hochladen, der nicht gerade qualitativ hochwertig ist oder so, aber halt so ein bisschen was damit, was auf dem Channel landet. Und dann ab morgen geht es dann so wieder mit den normalen Projekten los und auch ein paar neue Projekte werden kommen. Also freut euch darauf, ich bin dann mal weg. Ciao, ciao und bis morgen! … … … … …